Nicht essen, bevor ich wiederkomme. Lilly! Das hier sind Lilly und Lou. Das ist Lou und das ist Lilly. Du scheinst nicht so große Lust drauf zu haben, so wie es hier aussieht. Aber wenn die gleich mitkriegen, um was es geht, ändert sich das bestimmt ganz schnell. Ich habe nämlich ein paar Sachen vorbereitet und möchte gucken, ob meine Hunde das mögen. Ich meine hier, Lilly, die frisst so gut wie alles. Lilly, bleib hier. Es gibt jetzt Essen. Hier habe ich Käse. Aha. Normalerweise essen die nicht vom Teller deshalb. Gut. Nimm. Fein. War das lecker? Als nächstes. Als nächstes. Gut. Mann, sei es. Was ist die Melone? Gut. Hallo. Gut. 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 Stopp. als nächstes habe ich was sie normalerweise sehr gerne und aber gut was haben wir denn als nächstes okay also das hat nur bis jetzt gegessen setzen so ein bisschen dran rum geknabbert kommen also sie wollen nicht auf dem teller essen was ich ihnen nicht verübeln kann weil sie es einfach nicht gewohnt sind gut 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 jetzt habe ich als nächstes soja milch gut jetzt zu hoch gut 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 Du frisst alles. Lu, jetzt komm. Oh nein. Willi. Willi. Willi hat du's Banane weggefressen. So. Und als letztes habe ich denen noch Kokosmilch geholt. Okay. Oh gut. Was ist das? Shhh. Gut. Na dann habe ich jetzt zum Abschluss, machen wir einfach noch einen Test. Ich lege eine Karotte auf den Tisch und ich weiß, die lieben Karotte. Beide. Dann lege ich die da jetzt hin. Nein. Lass. Bleib. Nicht essen bevor ich wiederkomme. Oh, Lilly. Lilly. Bleib. Lass. Nicht essen bis ich wiederkomme. Lilly. Oh, du bist so ein guter Hund. Gut, du darfst es nehmen, du. Gut. Nein. Ich leg Lilly mal noch den Salat, vielleicht frisst sie ihn ja noch. Gut. Nein. Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt den beiden doch gerne einen Daumen nach oben. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.